Die Zusammenarbeit in Teams ist ständigen Veränderungen unterworfen. Mittlerweile ist es gar nicht unüblich, dass drei Generationen in einem Team zusammenarbeiten. Mit völlig unterschiedlichen Bedürfnissen und unterschiedlichen Annahmen darüber, was Zufriedenheit und Produktivität ausmacht. Das Thema Selbstorganisation gewinnt zunehmend an Bedeutung. Und Mitarbeiter haben einen Anspruch an Führungskräfte, ihn eher als Sparringspartner zu verstehen und nicht als Vorgesetzten, der oder die Anweisungen von oben nach unten weitergibt. Ich unterstütze Teams gerne dabei, ihre Zusammenarbeit sinnvoll, zufrieden und produktiv zu gestalten und Führungskräfte dabei, ihre Rolle zu reflektieren und an die Anforderungen anzupassen. Dabei spielt das Thema Arbeitsumgebungen aus meiner Sicht auch eine große Rolle. Nicht selten hat sich die Zusammenarbeit stark verändert, während die Räume, in denen zusammengearbeitet wird, gar nicht verändert haben. Lassen Sie uns gemeinsam schauen, ob mit kleinen Veränderungen eine größere Produktivität und Zufriedenheit in Teams erreicht werden kann und damit auch die Identifikation mit dem Unternehmen steigt. Sprechen Sie mich zu dem Thema gerne an. Ich bin Miriam Ertel, ich bin geschäftsführende Gesellschafterin bei SHS Consult. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen. Und jetzt bin ich mit der Räume, ich bin geschäftsführende Gesellschafterin bei SHS Sylpen, Und jetzt bin ich faszinand, du hattest, ich bin sch愚um, die in der Räume sind schläge wird. Ich bin mir fest! Ich bin mir fest!